Großadmiral war historisch in einigen Ländern der höchste Dienstgrad in der Marine, vergleichbar mit dem Rangfeldmarschall. Deutsches Reich Kaiserliche Marine Der Rang entstand auf Bitten der Kaiserlichen Marine, die einen dem Generalfeldmarschall gleichwertigen Rang haben wollte. Der erste Seeoffizier, der in der deutschen Flotte zum Großadmiral ernannt wurde, war Hans von Köster. Die Ernennung erfolgte am 28. Juni 1905. Der Rang wurde bis zum Ende des Kaiserreiches fünfmal vergeben. Äußeres Zeichen der Großadmiralswürde ist der Großadmiralstab. 28. Juni 1905 Hans von Köster 13. Juli 1905 Oskar II König von Schweden und Norwegen 4. September 1909 Heinrich Prinz von Preußen 27. Januar 1911 Alfred von Tirpitz 31. Juli 1918 Henning von Holzendorf Reichsmarine In der Reichsmarine der Weimarer Republik wurde der Rang nicht vergeben. Kriegsmarine In der Kriegsmarine der deutschen Wehrmacht war der Großadmiral der höchste Dienstgrad der Seestreitkräfte. Der Rang wurde am 1. April 1939 für den Oberbefehlshaber der Kriegsmarine Erich Reda wieder eingeführt. Nach dessen Entlassung wurde Karl Dönitz mit überspringendes Dienstgrades Generaladmiral am 30. Januar 1943 zum Großadmiral befördert. Österreich-Ungarn 12. Mai 1916 Anton Haus 9. Oktober 1916 Heinrich Prinz von Preußen 1. November 1916 Karl Erzherzog von Österreich 22. Februar 1917 Wilhelm II. König von Preußen, deutscher Kaiser Schweden In Schweden hatte es bis 1680 einen Reichsadmiral als oberstes Marineamt und danach bis 1828 einen Generaladmiral als höchsten Marine rangegeben. Die darauffolgende Ernennung des schwedischen Kronprinzen Oskar zum Großadmiral blieb eine Ausnahme. Italien In Italien wurde der Rang eines Granda Amiralion 1924 von Benito Mussolini eingeführt und nur an Paolo Tauron di Reville, dem Chef der Marine im Ersten Weltkrieg, verliehen. Der Rang war vergleichbar mit einem Marschall von Italien oder Luftmarschall. Peru Der Rang des Großadmirals von Peru wurde 1967 vom Peruanischen Kongress für die Peruanische Marine eingeführt und posthum dem peruanischen Nationalhelden Miguel Grau Seminario verliehen. Höchste Admiralsränge in anderen Staaten Osmanisches Reich V.G.L. Capudan Pasha Frankreich In Frankreich existierte während des Ancier-Regime bis zur Errichtung der Ersten Republik und dann wieder im Ersten Kaiserreich. Während der Restauration und im Zweiten Kaiserreich der Titel Admiral von Frankreich für den Oberbefehlshaber der Flotte, die Dritte Republik bzw. Das Vichy-Regime führte für François Dalland den Rang Amiral de la Flotte ein. Sowjetunion Die Sowjetunion kannte seit 1944 den Rang eines Admiral der Flotte der Sowjetunion, der seit dem 25. Mai 1945 auf der gleichen Stufe wie der Marschall der Sowjetunion stand. Großbritannien Das Vereinigte Königreich hat als höchsten Rang der Royal Navy den Admiral of the Flotte. Vereinigten Staaten In den Vereinigten Staaten gab es einen Träger des Titels Admiral of the Navy. 1944 wurde der Rang Flotte Admiral als höchster Dienstgrad in der Marine eingeführt, der nur viermal von 1944 bis 1945 verliehen wurde. Er steht auf der gleichen Stufe mit dem General of the Army. Kaiserreich Japan Im Kaiserreich Japan war das Äquivalent in der kaiserlich-japanischen Marine der Gensui bzw. Als Abgrenzung vom gleichnamigen Äquivalent des Heeres der Kaigan Gensui. Als erster erhielt Saigo Tsugumichi am 20. Januar 1898 diesen Rang und als letzter hatte ihn Koga Minuichi inne.